Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen ASMR-Serie Dinge in meinem Gesicht oder in deinem Gesicht oder in deinen Augen. Auf jeden Fall ist das hier eine Serie, wo ich Dinge in deine Augen oder dein Gesicht packen werde. Ja, ich würde sagen, wir reden gar nicht groß, sondern steigen direkt ein, weil als allererstes habe ich mir hierfür diesen wunderschönen Lipgloss ausgesucht. Und normalerweise kommt er ja nur auf deinen Mund, aber ich würde sagen, ein bisschen noch auf deine Augen und auf den Rest deines gesamten Gesichtes. Ordentlich, schön. Doch das glitzert und riecht auch noch so gut. Guck, glitz, 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 glitz. Und hier fehlt noch. Ganz ruhig. Und am besten nicht blitzen. Perfekt. Als nächstes haben wir diese wunderschöne, süße, süße, süße Miettegatze. Okay, bist du bereit? Okay. War das ein bisschen intensiv? Okay. Okay. Wunderschöne, 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 wunderschöne. Guck in ihr, wunderschöne, snob. Okay. Genug davon. Als nächstes habe ich auch was Schönes vorbereitet. Sekunde. Okay. Damit bleib bei. Das Ganze auch für deine Augen. Augen weit auf, bitte. Weit auf. Nicht blinzeln. Wichtig, wichtig, nicht zu blinzeln. Okay. Okay. Ich werde jetzt dann mal ein bisschen umstreben. Nicht blinzeln. Nicht blinzeln. Vertrau mir. Vertrau mir. Absolut. Absolut. Einfach entspannt bleiben. Und einfach. Wie mache ich mal an dem Auge? Kommt. Auf dem. Komm. Auf der Seite. Komm. Auf der Seite. Auf beiden. Ich glaube wir sind durch, dass... du meinst du blutest? Ah, warte. Weg damit, weg, 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 weg. Lass mich dann gucken. Ja, ist schon wieder weg. Das war noch ein bisschen was. So, dann haben wir als nächstes den hier. Schön still halten, einfach nur genießen. Ja, bitte die Augen nicht schließen. Das wäre gut. Okay. Du meinst, es tut dir weh in den Augen? Okay, ich habe da was. Ich habe da was. Okay? Ganz Vorsicht, ich werde ich jetzt... In deinen Augen... Schön... Schön in den Schmacklusten kippen. Okay, mach die Augen zu, mach die Augen zu. Ja, okay, mir ist das egal. Mach jetzt einfach die Augen zu, okay? Okay. Okay, das reicht auch schon. Okay, jetzt... Jetzt... Wir kehren mal über dein Gesicht. Mein gesamtes Gesicht. Okay. Okay. Stehen. Ja... Dein Gesicht muss auch gekämpft werden. Du hast ja auch, als Mensch hat man überall Haare und die müssen alle gekämpft werden. Und zwar fehlt dir auch die Kotzenhaare, ja. Perfekt. Jetzt einmal Augen weit auf, okay? Damit ich dir... Okay, ja, ja. Nicht plänzeln, nicht plänzeln. Okay, meinetwegen, dann mach die Augen so, mach die Augen so. Und auch unter den Augen gegen die Tränen. Perfekt. So, was sind wir hier noch? Wasser. Natürlich, natürlich wüsst du damit nicht, das ist ja auch ein geschlossener Bild. Tut gar nicht weh. Weiß nicht, was du hast. So, jetzt hier noch ein bisschen, natürlich hier noch ein bisschen. Perfekt. So ist es, hab ich... Weil du dich ja die ganze Zeit über deine Schmerzen beschwerst, hier ein... Q-Tip. Und den werden wir jetzt nehmen und in dein Auge... Jetzt darfst du aber wirklich nicht plänzeln, damit tupfen wir das Blut weg. Ja... Kannst aber auch ein bisschen hysterisch sein, wenn du willst. Es muss echt nicht sein, es muss echt nicht sein. Es ist doch nur ein bisschen... Und du kannst mir noch sehen, oder? Siehst du doppelt? Wie viele Finger zeig ich? Wie viele? Okay. Siehst du? I don't know. You're just punky, 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 punky. Und hier noch ein bisschen. Perfekt. Nicht zu vergessen. Okay, ich mach einfach nur auf deine Nase. Perfekt. Jetzt kämmen wir noch einmal über dein Gesicht. Und... den Mund... und die Augen... und die viel zu buschigen... Augenbrauen... Werte vor. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass ein Like und ein Abo da. Gerne. Und drück die Glocke, wenn du magst. Ich hab dich lieb. Und lass dir nicht so viel in die Augen stecken. Gluck gluck gluck. Tschüss.